Ich bin Carsten und ich wurde getaggt. Musik Heute Morgen habe ich mir doch glatt mal eine Strecke hier am Rhein rausgesucht und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne noch begleiten. Musik 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 So und jetzt geht es mal ein bisschen wieder vom Rhein weg. Aber ist auch schon mal schön, so eine andere Perspektive zu haben, mal ein bisschen Weitblick zu wandern. Musik Hallo Billy, Hallo Dieter, Hallo YouTube. Ja, ich wurde getaggt und zwar hat der Kanal WaldhörnchenTV eine Taggingrunde ausgerufen, weil er mittlerweile sein Einjähriges auf YouTube feiert. Und somit wurde ich dann von Dieter und Billy, Outdoor mit Billy getaggt und zwar geht es darum, dass man selber dann drei Kanäle vorstellen soll. Also erstmal herzlichen Dank, Dieter und Billy, dass ihr mich unter anderem ausgesucht habt. Ihr seid ja selber auch recht fleißige Zuschauer meiner Filme und eigentlich unter jedem Video steht auch ein Kommentar von euch. Da möchte ich mich natürlich bei euch auch erstmal recht herzlich bedanken. Ich bin heute hier auf einer kleinen Tour am Rhein entlang, am Rheinufer entlang. Ich bin jetzt hier bei Duisburg-Bärl und habe mir gedacht, jetzt kann ich dann ja hier auch mein Taggingvideo drehen zum Kanal WaldhörnchenTV. Ich denke mal, die meisten von euch werden den Kanal kennen und wer ihn nicht kennt, kann jetzt kennenlernen. Ich werde oben den Kanal verlinken. Und es handelt sich um einen jungen Schweizer, der eigentlich ganz tolle Outdoor-Videos macht. Ich muss sagen, wenn sich mehr Leute in seinem Alter mit solchen Dingen beschäftigen würden wie er, hätten wir glaube ich wesentlich weniger Probleme in der Zukunft. Ja, Dieter und Billy, euer Kanal kenne ich ja jetzt auch schon eine ganze Zeit und mag eure Videos sehr. Auch wenn ihr zwischendurch mal in der Scheune sitzt, finde ich immer irgendwie ganz witzige Kulisse. Und ich denke, jetzt bin ich dann wohl dran, drei Kanäle auszusuchen. Ja, ich habe lange überlegt, welche Kanäle ich denn jetzt taggen soll. Weil ich denke mal, es sollten schon Kanäle sein, die davon profitieren. Und es sollten auch Kanäle sein, die die Taggingrunde auch weiterführen. Das heißt, die auch selber drei Kanäle aussuchen. Ja, da mein Tag von einem Kanal mit Hund kam, denke ich, werde ich jetzt dann auch mal einen Kanal mit Hund taggen. Und zwar ist das einer meiner, ich sag jetzt mal treuesten Abonnenten. Und ist, glaube ich, seit meinem dritten Video mittlerweile tatsächlich auch Abonnent meines Kanals. Und zwar geht es um Manfred und den Buschhund, Manfred und Anna. Und deshalb möchte ich euch dann jetzt hiermit taggen. Ja, ich mag den Kanal ganz gerne. Schon alleine, weil die beiden im Harz wohnen. Das ist eins meiner Lieblingsreiseziele, wer es noch nicht wissen sollte. Und ich mag auch Manfreds westfälische Art. Ich weiß ja, wo du herkommst, Manfred. Ja, und als nächstes tagge ich den Kanal Sanni1802. Er macht ganz tolle Zeitlupen-Aufnahmen, eine Stunde, eine Runde, wie er immer so schön sagt. Und da sind wirklich ganz tolle Videos dabei. Schaut bei ihm auch einmal rein. Ja, und last but not least, tagge ich jetzt den Dirk vom Kanal der Outdoor-Anfänger. Gucke ich auch sehr gerne. Der Dirk, er macht so ein bisschen von allem, was man draußen machen kann. Er geht angeln, fährt Rad, geht wandern, geht segeln und ist ein sympathischer Kerl. Und deswegen gucke ich mir seine Videos ganz gerne an. Ich habe so selber noch nicht großartig Kontakt zu ihm gehabt, aber scheint netten zu sein. Könnt ihr auch mal reinschauen. Ja, das war's dann schon von mir soweit. Ich möchte mich nochmal bei WaldhörnchenTV für die Idee mit der Taggingrunde bedanken. Und des Weitere natürlich bei Dieter und Billy. Danke, dass ihr mich getaggt habt. Und an die Getagten, ich hoffe ihr macht den Spaß mit und sucht euch selber jeweils noch drei aus. Drei Kanäle aus, die ihr vorstellt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.